Hallo, guten Morgen! Meine sehr geehrte Dame, nachdem wir Ihr Facebook-Profil geknackt haben, wissen wir, Sie wandern gerne. Und deshalb brauchen Sie mich, den Hosentaschenranger. Stecken Sie mich in die Hose und ich zeige Ihnen die Schönheit des Schwarzwaldes. Ich führe Sie auf den Feldbergsteig, ein vom Wanderinstitut zertifizierter Premium-Wanderweg. Ich glaube, ihr habt es ja immer alle. Auf diesem Wanderweg gibt es viele interessante Sehenswürdigkeiten. Ah, so ein Mist, aufgelegt. Also Stefan, ich finde das blöd. Das ist doch viel zu schlüpfrig. Ich kann den Leuten doch nicht in die Hose. Und wenn ich daran denke, diese Eiföner, die stinken mir sowieso. Also wenn ich daran denke, dass meine Kinder nur noch vor deiner kleinen Kiste hucken und da hineingucken. Also ich finde das nicht so toll. Ja! Ich hab's! So machen wir es, Leute! Liebe Eltern, eure Söhne kennen doch auch mehr Automagen wie Vögel. Und eure Töchter interessieren sich auch nur dann für Blumen, wenn sie sie geschenkt bekommen. Heutzutage kriegst du kaum noch ein Kind freiwillig an die frische Luft. Oh, Mama! Und warum? Sie haben nur noch Zeit fürs Handy. Und wenn man sie dann doch mal von der Technik trennt, dann führt das gerne mal zu Kopfschmerzen. Oh, Mama! Oh, Kinder! Deshalb haben wir für alle Smartphone-Junkies eine super Lösung. Denn bei uns braucht man sich nicht mal vom Handy zu trennen. Im Gegenteil, man braucht sogar. Und zwar für eine richtig harte Tour am Feldbergsteig. Eine Wanderung, an deren Ende eure Kinder so viel Sauerstoff und Natur geschluckt haben, dass sie hinterher vielleicht sogar ihr Smartphone vergessen. Denn ab sofort gibt es bei uns die Hosentaschen-Ranger-App. Das ist eine Software für iPhone und Android, die euch davor bewahrt, auf dem herrlichen, aber sehr gefährlichen Feldberg verloren zu gehen. Vorausgesetzt, der Akku macht nicht schlapp. Und außerdem gibt es alle paar Minuten noch einen lustigen Film, damit euer Nachwuchs ja keine Entschwuchserscheinungen kriegt und im Optimalfall noch was lernt. Allerdings würde ich euch empfehlen, nicht nur aufs Display zu gucken. Denn sonst verpasst ihr bestimmt einige der extrem seltenen Arten am Feldberg. Außerdem ist es am Feldberg immer gut, die Augen offen zu halten. Denn, wie das alte Feldberger Sprichwort schon sagt, wer es einmal vergeigt, zerschellt es schnell am Steig. Und das Schöne, die ganze Sache kostet euch keinen Cent. Und dazu braucht ihr nur euer Smarty und die Ranger-App. Und die gibt es im Internet oder brutal schnell bei uns im Haus über WLAN. Und sollten euch die fünf Minuten immer noch zu lang sein, schaut einfach mal bei uns im Museum vorbei oder ihr bekommt die letzten Infos zu eurer Tour bei unseren hochmotivierten Nachwuchs-Naturschützern drüben an der Infotheke. Und ehrlich gesagt finde ich diese Smartphones inzwischen gar nicht mal mehr so schlecht. Weil man sieht auf diesem Teil genau, wenn bei mir der Chef ins Zimmer kommt. Und jetzt kommt er gerade. Du, Achim, könntest du nachher die Führung mit der Schulklasse machen? Ich habe so einen Stress, ich schaffe das nicht. Ah, Stefan, nee, ich muss jetzt gerade noch den Antrag an die Umweltstiftung fertig machen. Der muss bis 12 Uhr draußen sein. Toll, seit du dein neues Smartphone hast, da geht auch gar nichts mehr. Mach ich es halt selber. Genau.